Der Abbau bzw. der Neuaufbau des Tunnels wird durch die Parameter der Lifetime realisiert. Die Dauer der Zeit wird nicht in Inaktivitätszeit gemessen. Auch wenn keine Daten übertragen werden, läuft die Zeit weiter. Ein weiterer Parameter der Lifetime ist die Übertragung in Kilobyte. Wird die Lifetime in Kilobytes und Sekunden parallel konfiguriert, wird der IPsec Tunnel abhängig von dem Parameter abgebaut, der zuerst abläuft.